Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play together Magica wie immer mit dem Motto Guten Tag! Und dem, ähm, den anderen halt, äh, ja Ruki, genau! Guten Tag! Spass! Ruki ist auch wieder mit am Start und wir müssen weiter die Goblins, ähm... Oh hier, mach mal hier, fährst doch platt! Wollt grad sagen, da macht's doch ordentlich... Ich schmier einmal quer durch die Bett! Lass mich zurücklaufen! Ich will mein Schwert haben! Los komm Ruki, wir gehen vor jetzt! Tja, vor der Huge, das Schwert, hör wir schon! Ich glaube das hat's weggefetzt, aber komplett! Tja, ein Satz mit X, das war wohl nix Otto! Ja! So, so... So, gehen wir hinein in die Gefilden des dunklen Lords! Absolut ungefährlich aussehende Höhle da! Ach, schon wieder Flath hier! Boah! War doch gar nicht so schwer, was? Nun setzt den Weg durch die Mine fort, um den Myrkor-Sumpf zu erreichen! Dort findet ihr den Gefrafen, der euch gewiss bei euren Aufgaben behilflich sein wird! Du weißt den Gefrafen? Ja genau! Den Gefrafen! Du weißt doch, dass ich das doch nicht reden kann! Manchmal! Ist aber auch schwierig, wenn du mir alles vorliest! Also ich stehe jetzt in Tera immer übelst! Oh hier, das sind sie doch! Genau! Alter hat das Ding rein gezogen! So! Hat seine Vorteile, wenn ich nass bin! Ui! Alter! Habt ihr das gesehen? Ui! Boah! Boah! Danke, Doc! Ich bin verrengt! Bitteschön! Ich glaube, ich sollte dich wiederbeleben, oder? Ja! Wow! Boah! Ja! Irgendwie stirbt Otto permanent! Also Otto, du tue... Ja, weil dem muss ja auch die Chance geben, sich aufzuleiten! Überwertet! Wenn du irgendwelche Bomben legst! Vor allem, wenn er sie direkt vor meiner Schnauze legt! Oh, gibt's hier nen Healing Shield? Das wäre ja naja! Äh, das Problem ist, gibt es Schild, schützt dich glaube ich vor Heilungen! Achso, das ist natürlich auch cool! Ich frag mich, was sich wohl hinter dem ganzen Schutt verbirgt! Frag ich mich auch! Ja! Da können wir doch mal gucken, oder? Was ich da? Hier! Achso! Wartet mal! Ähm, ähm, äh! Ups! Ich bin tot! Das kann man doch irgendwie hier sprengen, oder so! Ich würd's mal versuchen! Doc, stell dich mal hier hin, wo ich stehe! Ja! Gut, ich geh mal da rüber! Jetzt ladet voll Arcana auf! So, Moment! Und jetzt halten wir da auf den Punkt, ähm, würde mal sagen, auf die letzte Schwelle vor dem Stein da! Da? Da, wo Hugen zählt! Na? Ja! Mit der Hoffnung, dass das eine sehr effektive Explosion wird! Okay! Drei, zwei, eins! Ne, das hilft nichts! Ähm, was könnte denn sehr heftig explodieren? Äh, DF! Ähm, also ein Feuerstein mit Wasser! Könnte funktionieren, aber es ist leider ein Stein, den ich jetzt erschießen würde! Okay, dann mach ich mal ein Eisstein! Ich glaub, der könnte helfen! Ja, es ist schön, wenn man einen Stein durch die Gegend schießt! Das ist kein... Wir müssen schon einen Strahlzauber nehmen! Ähm, dann kann ich hier... Achso! Mach mal... Wasser... Und Heilung! Und Heilung? Okay! Genau, weil ich habe jetzt Arcan und Blitz! Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal! Los geht's! Ne, das... Oh, das verpufft so scheiße! Hm... Keine Ahnung! Keine Ahnung! Warte mal! Ne, warte mal! Das kommt raus! Warte mal! Ich würd doch nur einfach das blöde Stab aufnehmen da! Ja... So... Also normale Bomben tun es auch nicht! Musst du vielleicht irgendwie so ein Minecart oder sowas dagegen schmeißen? Haben wir da unten eins? Ich glaube nämlich nicht! Außerdem würde es rechts... Aber es geht auch nicht mit Steinen oder so hinwerfen! Hm... Vielleicht hätten wir einfach nur die Goblins da irgendwie... Hinschmeißen sollen? Ja... Oh, jetzt lasst ihr das nicht weg hier! So, vielleicht hättest du aber ein paar Bomben hinlegen können! Hab ich gemacht! Das hat leider auch nicht geklappt! Hallo mein Lieber! Ich bin hinter dir! So! So! Autsch! So! Warte mal! Warte mal! Ach verdammt! Die Treppe von hier nicht! Edicken! So! Anfeles! Wo? Auicorn! egeine! Alter hat es mich verrhoofn! Boah! Boah! Dann knallt er mich hier gegen die Mauer! Rupi, du bist halt ganz schön hutlos, habe ich festgestellt. Was bin ich? Du bist halt ganz schön hutlos. Ja, gell? Irgendwie. Manchmal ist er da, manchmal ist er nicht da. Also, was viele nicht wissen, dass wir durch Bomben sterben. Ja. Ich wollte sie nur beseitigen, weil ich wollte nicht drüber laufen. Ne, ich bin an der Seite vorbeigelaufen. Warum seid ihr da nicht vorbeigelaufen? Ups, Entschuldigung. Passiert. So heile ich mich jetzt auf einmal nimmer. Ja, das braucht man wieder seine Unwerte, wenn man sagt. Du musst wahrscheinlich erst mal wieder frei werden von der Heilung. Glaube ich auch. Laufen wir überhaupt richtig lang? Ich hätte ja fast schon... Ah, verstehe. Bumm. Oh, 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 oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, da unten kommt dann was Großes raus. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, dass wir hier falsch sind. Äh, ja, habe ich mir auch das Gefühl. Oh. So, weg ist er. So, jetzt bin ich auch gerade... Also entweder ihr lauft den Langweg oder ihr teleportiert euch rüber. Ach. Wozu gibt es teleport? So, untersuchen. Sieht wackelig aus. Ähm. Na dann. Da klappt es komischerweise. Ja, ist ja auch nur eine Tür und keine Massen an Steinen. Eben. Dahinter war bestimmt ein Secret oder so. Vielleicht hätten wir uns eine Spitzhacke holen sollen. Ja. Ja. So, winke, winke. Hab dich genau gesehen. Was ist das? Das ist der Generator. Ja, der spendet Licht. Also hier läuft es Licht, denn wir können auch abkürzungen. Ähm. Ich bin gerade, danke. Was ist das hier? Spinnen. Ich hasse spinnen. Au. Ich bin abgestürzt, gell? Wieder da. Danke. Kommt mir nicht zu nahe. Kommt mir nicht zu nahe. Ich spritze mit Feuer. So. Ich bleib einfach mal hier im... Sind sie weg? Ja, ich glaub, die sind weg. So, da drüben ist... Ach du meine... Da kommt Treubert. So, 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 so. Wer hat den Stein? Wer hat den Stein? Ich, ich werf schon. Ich werf schon. Aber er will nicht. Jetzt bist du tot. Nicht mehr. So. Vorsicht, Bomben. So. So, jetzt ist er weg. Und du da hinten gehst mir langsam auf den Sack. So, weg ist er. Achso, hier. Ja, dem müssen wir auch noch platt machen, ja. So. Jetzt hat. Das geht den Weg, oder? Äh, okay. Ich geh wieder zurück. Ich geh wieder an alle sterben. Bum. Was? Ja, sie kommt nur. Sorry. Bomben bringen bisschen was, gell? Ja, sie bringen echt ein bisschen was. Vor allen Dingen wieder zurück. Achso, ich bin nass. Ich bin nass. Wenn man den, sorry, Oki, war keine Absicht. So. Wir gehen jetzt links. Wo sich hier doch schon ein bisschen, ach du scheiße. Ach du heilige. Ähm. Wie bin ich da jetzt runtergefallen, bitte? Geil. So. So, jetzt kommst du zu, dass ich hier. Wieso bist du jetzt schon wieder dahin? Da ist so ein Schmerz, da oben sind wir die. Scheint wagtig zu sein. Okay. Na dann. Moment, gleich. Weg mit dir. Tja, irgendwo geht. Stößt. Weg mit dir so. Ähm, achso. Da ist das D. Geht nicht. Shit. Kann waglich sein, wie es will. Ich nehme AS. Otto. Was? Ich habe AS. Oh, sorry. Macht nichts. AS. Aber das wird doch nicht. BQ. Okay. Ich finde das immer ziemlich unlogisch, gell? Dass sie hier. Ja, ich bin runtergefallen dabei. Ich finde es irgendwie so ein bisschen unlogisch, dass das quasi mal hier bei Holz, nicht mit Feuer und Stein irgendwas machen kann. Ja, probiere ich jetzt auch gerade. Irgendwie kreuzen sie unsere Stahlen nicht, Otto. Ja, ich habe auch gerade nur mit normal Feuer draufgehalten. Ja, was nimmst du denn jetzt? Pam. Also, ich gehe mal nicht mit vor, wenn ihr euch beide wegschmeißt. Ich glaube, das wird wieder nichts. Ja, das Problem an der Geschichte ist, ich nehme ja die ganze Zeit AS und wenn du, ähm, dann hätte es eigentlich explodieren müssen. Ja, hat es anscheinend, äh, alter, war ne, verdammt. War ne gute Idee, wa? Ja, so. Winke, winke. Winke, winke. Jetzt da. Da, das ist schon, wa? Sonst noch wer? Der da hinten. So, da hinten ist noch einer. Aha. Bumm. Oh, da kommt noch ne ganze Flotte von. Ja. Hoch. Das ist aber echt die Taktik schlechthin. Der lebt noch. Was? Weg mit dir. Schubs ihn runter. Denk ich mir auch grad. Genau. Pusten runter, wenn gut ist. Weg mit dir. Ja. Wer hat nicht jetzt runtergepustet? Ähm, bedingt wir uns gegenseitig. Okay. Also, okay. Ich bräuchte auch noch ne Wiederbelebung, bitte. Das ist lustig mit dem Runterschubsen. Ah, da kommen ja noch mehr. Ja, wir müssen aber auch mal vorgehen, weil hier auf dem Ding fallen mal alle runter. Ja, ich bin ja grad dabei hier. Aber irgendwie klappt das halt so, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Mit dem weiter... So, wer ist er? Jetzt da. Oh, sag mal. Vorsicht, Rookie, nicht im Weg. Weg, weg, weg. Danke. So. Huh. Man merkt, wir sind... Äh. Da! Wir sind ganz schön konzentriert hier. Waaah! Boah, ich bin tot. Doc, du musst beleben. Winke, winke. So. Ich glaub, das reicht nicht ganz. Warte mal ganz kurz. Ich muss mich hier... Teleportieren. Sorry. Kann ich mich noch mal trocknen? Na hier mit F. So. So, jetzt haut's hin. So. So. Das Problem ist, ein gewisser Herr Otto, er schießt mit meinen Kreisen nicht dauernd ab. Oh, fuck, das war eine Scheißidee. So. Oh, hier ist zu dunkel, gell? Ich seh mich auch kurz. Ich hoffe nicht. Wir haben irgendwo nen Generator übersehen. Ah, verdammt! Boah. Cleverig. Die Spinne! Gute Idee. So. Die macht Gift, ich bin tot. Jetzt nicht mehr. Boah, alter. Achso, ja, Entschuldigung. So. Man muss da schon ein bisschen mit hinhalten, zu dem Strahl da. Einmal wieder Berlin, bitte. Ich bin grad dabei. Ich kämpfe noch ein bisschen mehr mit den Kollegen. Ja, langsam nimmt das Spiel Fahrt auf. Also wenn ich mir überlege, wir konnten in alten Folgen irgendwie so lockerflockig uns gut unterhalten. Und hier müssen wir doch schon ein bisschen was. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, gell? Glaub ich. Das ist auf jeden Fall der Speich bin runtergefallen, weil kein Licht da war. Oh, hier liegt die Schmerz hier. Frostschmerz. Ja, ich such grad den Generator, der hier Licht macht. Komm mal ein Stück zurück. Kann ich grad nicht. Schlechte Idee. So. So. Ein bisschen. Das gehört Ruki, ein Stück zurück. Jo. Hier muss ja irgendwo noch ein Generator sein, der hier das Licht anmacht. Wow, wow, wow. Okay. Hier ist er schon mal nicht. Hier gibt es sich noch andere. Nee, nee, hier ist scheiße schon wieder runter. Oh, bin ich ein Trottel. Schieß den doch da drüben jetzt nicht ab. Lass den da einfach getätet, der stirbt schon. Irgendwie. Ah, hier unten. Genau. Äh, okay. Quatsch. Falsche. So, ähm, danke. Es hätt's fast geklappt. Ja, ne? Oh, krass. Ähm. Oben, 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 oben ist da auch noch was. Ja, ich schau grad, ob hier noch was ist. Okay. Von hier aus hätten pullen können. Wie gesagt, da kommen wir noch hin. So. So. Oh. Moment, jetzt seh ich hier grad was. Wer hat mir den Stein vor die Schnauze gesetzt? Ich. Da oben ist doch der Generator. Das sieht doch von hier aus, jetzt da. Achso, du bist schon da oben. Der Generator. Siehste, da guck mal hier, Anna. Alles klar hier. Da fährt so Dinge hin und her. Wollt ihr mich rollen? Wieso kommen jetzt die Steine auf einmal her? Ja, ich hab die da hingebaut. Weil Rookie gepennt hat. Entschuldigung. Oh. Ich hab Kurt mal hebt, Otto geheilt. So. So, jetzt. Schnell, schnell, schnell. Ich mach das so. Rookie so schnell, schnell, schnell und wir so. Einmal teleport. Bumms. Ich mach das eben regulär, wisst. Ich halte mich an den Spielplan. Ich bin tot. Du darfst uns wiederbeleben. Das ist auch ein Spielplan. Danke. Äh, Rookie? Oh. Ah, verdammt. Naja, also ich musste mich dann auch irgendwann mal verteidigen. Nein. Überbewertet. Man macht ein Schild auf, belebt ja dann wieder und dann kann man sich verteidigen. Genau. Nicht vorher. Ähm, wir haben wieder kein Licht. Scheiß auf den Generator jetzt. Und hier kommt schon wieder so eine doofe Spinne an. Du hast noch nie was davon gehört, dass Spinnen gegen Feuer allergisch sind hier. Nö. So. Hä? Du bist vergisst. Da steht ja so. Ach so. Ja, Schatz. So. Jetzt machen wir hier gleich mal eine Runde clever. Ja, wer steht denn schon wieder auf die Plattform? Ja, ich. Ja, anstatt einfach mal von der Seite hier erstmal aufzuräumen. Äh, ich bin tot. Wahre Stopp. Ach so, ja, das ist natürlich auch clever. So. Äh, jetzt hat er mich platt gebracht. Tonke. So. Boom. Ja, ich war dann einfach mal hier von Weitem rein. Rugi, du stehst in der Schussbahn. So. Wie ist schon clever, was der Rugi da gemacht hat? Das ist. Ne, das ist halt auch nach hinten. Oh. Was ist denn losgehen können? Äh, nein, ich will nicht runter hoch. Ich klau mir das Schwert. Warte, ich komm noch. Warte, 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 warte. Hier ist wieder dunkel, mach mal Licht. Hier gibt's kein Licht. Das finden wir grad. Okay, hier gab's keinen. Hier gibt's irgendwo vielleicht, wenn man Glück hat Licht. Ich bin tot. Nicht da hoch, da geht's weiter, da geht's weiter. Wir haben da drüben nämlich noch was nicht besucht. So. So. Da unten. Ne, das ist kein Generator. Das ist doch hier das Ding, oder? Da gibt's sonst nix mehr. Da hinten war doch noch ein Weg, den wir noch nicht abgegangen sind. So. Achso. Weg mit dir. Weg, weg. Die stehen direkt am Abgrund, nur so zur Info. Das war mir jetzt grad aus Prinzip. Was machst du da, Rugi? Ich wiss es nicht. Ich versuch hier rüber zu. A, S, A und dann mit der Maus ungefähr auf mich zeigen. Und dann die Leertaste reinhauen. Genau. Ach, Leertaste. Äh, nochmal? Hallo? In die Leertaste. A, S, A und dann A. Jetzt ist es nicht explodiert. Keine Ahnung. Vielleicht weil es die magische Macht vom Rugi war. Im Moment, das ist unser Vol passiert, als wir ihn heilen wollten. Stimmt auch wieder. Ja, der Generator hier ist noch nicht an. Gott sprach, es wäre nicht. Doch, er fand den Generator nicht. Geht's hier lang? Wir brauchen bloß den hier. Ich bin ne Wunder gefallen. Ich bin ne Wunder gefallen. Alter, das gar nicht wahr sein. Hey, ist echt so hell, gell? Hugi, bleib halt mal stehen. Oh, jetzt doch. Pass schon, jetzt bist voll. Irgendwo habe ich doch noch nen Weg gesehen. Ich bin übrigens schon wieder Wunder gefallen. Ey, Scheiße, was ist das hier? Ich will nicht. Verwunden lang. Meinst du den da? Nee, 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 nee. Da waren ja die Typen nur. ÖV war hier doch ein Weg, den ich vorhin gesehen habe. Verdammt, ich sehe ihn nicht mehr. Tut mir leid. Egal. Gehen wir wieder weiter so. Feierabend. So. Tja. Ruki kommt auf einen konventionellen Weg zu. Sonst. Der wüsste nicht da drin zu sterben. So. Und bevor es weiter geht. Oh, Alter. Ich wollte grad die Folge beenden. Katzau. Und wie es weiter geht, erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es heißt Absturzgefahr oder so ähnlich. Ja. Bis zum nächsten Mal. Hauts rein. Ciao. Rinne hauen.